da sind wir auch schon wieder zurück und wir sind natürlich nach wie vor hier in meiner kleinen stahlfabrik ich musste noch mal alles hier eben abreißen das habe ich euch wollte ich nicht antun deswegen habe ich das mal eben kurz offline gemacht damit nämlich das hier wunderbar in einer flucht ist die schiene passt noch nicht ganz können ich aber auch gleich signale setzen und auch dann den ltn dementsprechend einstellen aber zuvor sollten wir hier noch runtergehen ich glaube das hier müssen auch gleich mal gucken am besten kopieren wir einfach das ganze konstrukt da oben geht das nicht schief beziehungsweise wenn ich das mal so macht passt das drauf ein hier sieht es mir auch das problem ja entschieden ist immer die hüpfen zwei felder immer hoch und runter oder links und rechts dann geht das nicht okay dann müssen wir das hier noch mal eben abreißen das ist kein problem zum glück nicht aufgebaut zum glück nicht und dann setzen wir das einfach mal eben so da müsste das eigentlich das ist zu nah am kohlefeld okay dann müssen wir jetzt eins eins zwei drei vier so sollte es passen damit wir immer noch im gleichen schema sind stgz zack dann stgv einmal scrollen perfekt hat funktioniert sehr schön das ganze käme war dann hier runter führen und dementsprechend können wir das dann hier auch einfach rausbringen die frage die abholung könnten wir theoretisch auch hier anschließen an dem fließband und das dann hier lang führen wäre eine option auf jeden fall ich lasse das jetzt erstmal so offen können wir uns ja später noch überlegen dazu wichtig dass wir brauchen auf keinen fall die verbindung die haben wir glaube ich oben auch nur oder ja die braucht nicht das ist bumi sagen würde blödsinn blödsinn genau und gehen wir das noch hier hin und dann können wir das so machen na mit blaupause natürlich ähm in der hoffnung dass der zug das vielleicht hinkriegt eben hat er ein bisschen gearbeitet für uns schauen wir mal so im endeffekt hier ganz simpel können wir hier mit jeweils zwei rausgehen und nutzen hier einfach alle sechs eingänge jetzt baut er wieder nicht ach man das ist manchmal so ärgerlich in den die offline arbeiten haben so wunderbar funktioniert auch jetzt vorhin vor vor zehn minuten habe ich ihn hier hingestellt und hat mir halt einfach hier alles abgerissen und neu gesetzt und jetzt geht es wieder nicht ärgerlich kann mich nur wiederholen murphy's law ja definitiv murphy's law mal wenigstens mal kurz strom runter hier muss es definitiv natürlich ein normales zeichen sein so kriegt er wenigstens ein bisschen strom oder hat er keine schienen mehr doch schienen hat er noch also er könnte theoretisch bauen tut es aber nicht naja was soll ok das hier ist das letzte das heißt wir gehen hier hin hier hin hier müssen wir jetzt aufpassen halt wir müssen das ganze so machen damit das funktioniert sonst geht da ein bisschen was kaputt wenn ich das nämlich jetzt so anschließt dann verbindet er das hier mit dem da unten das wäre schlecht deswegen immer erst so machen perfekt da geht's licht aus super da geht's wieder an im übrigen habe ich mal hier das schöne nanobot logistik interface aktiviert deswegen haben wir auch oder hatten nanobots im inventar beim abreißen doch doch deutlich schneller als 20 dröhnchen solange man noch so wenig hat im inventar lohnt sich das echt mega halt das brauchen wir nicht hier einfach ein bisschen was rausklauen machen wir einfach mal 30 stück und schmeißen den rest wieder zur fließband produktion die hat das bitter notwendig nachdem ich so viel raus geklaut habe sehr schön jetzt auch noch 23k zahnräder drin das heißt die anlage ist auf jeden fall noch gut versorgt da oben sehr sehr gut okay der abschnitt wäre dann soweit fertig auf der seite da ist alles da okay ich überlege gerade ob wir hier natürlich das hier machen klar oh die schiene wurde gesetzt sehr gut vielleicht kann ich ihn dann endlich mal da runter bringen tut er es tut er es nicht vielleicht dauert es einfach nur eine weile heute keine ahnung da kommt kette da kommt kette dann kommt hier eine kette und hier ist ganz normales signal dann schauen wir mal eben 1 2 3 4 das reicht nicht dann nehmen wir einfach hier das signal hier reicht es auch nicht vom abstand her ist aber auch nicht schlimm soll eh nur ein zug rein ist okay hier ist das signal 1 2 3 4 5 passt perfekt kann hier falls nicht schon war auch eine kette hin hier ist ein normales zug signal sehr gut dann packen wir hier wieder reicht ne hat nicht gereicht obwohl er doch man sieht das ist wenn man die symbole aktiv hat sieht man das einfach nicht auf den schienen das ist furchtbar ich glaube sie klingt sich bei mir mit ein seltene metalle haben wir noch nicht im schienennetz ne was wie was wo klinge ich mich ein nach dem kreise wo ich auch angehe ach so ja ja ich muss dann mal hier stromleitung ziehen ansonsten beschwert sich wieder einer ach so seltene metalle hat noch kein bahnhof sehe ich gerade ja okay dann ist kein wunder das ltn geschaltet alles klar schnapp sie ja wie hoch steckt das lithium 228 volle züge hieß das ja immer nee nee wie hoch steckt das zeug ach so keine ahnung doch ja doch ahnung was 200 ich lauf hin ja ich brauch's zum programmieren ja entschuldigung sachen die sind einfach nicht zu entschuldigen irgendwie ach schade was braucht die anlage denn hier selbst wenn beim seltene metalle der bahnhof da wäre wäre wahrscheinlich noch nichts weil noch nicht genug material da ist naja ich fordere jetzt halt nur 12k an das heißt das ist ein zug 12k die seltene metalle oder das lithium jetzt also ein zug wären normalerweise 24k wenn ich es richtig sehe äh lithium 200 alles klar gut geht einfach schneller wenn ich das so mach alle ran ach hat der zug auch noch welche hm hat der wohl welche interessant okay ähm dann ihre strommast hin und dann mache ich da ein da ein da ein und da ein wegen der reichweite der greifer hat man hier noch ein hin da müssen noch ein hin packen dass da die verbindung passt und dann kopieren wir nochmal perfekt doch ja ja natürlich mal ein fertig machen bevor ich hier mal hin und her kopiere das wäre glaube ich gar nicht so doof stahlzahnrad und greifer teile brauche ich da habe ich keine jetzt habe ich natürlich keinen platz mit dem inventar dann packe ich mal hier eben die anlage die frisst das ist unglaublich was die blaue fließbahnanlage frisst aber so viel bis nicht mehr geht ok geht nicht mehr sehr gut so und irgendwo ist hier noch eine verbindung nachher nach da oben oh das hätte eigentlich gehen sollen um die kurve äh bin verwirrt tick ah ok passt oh das ist mitten in der kurve sollte aber funktionieren laut laut dem kästchen sollte es gehen dürfte keine probleme machen dann gehen wir hier mit einem ganz normalen strommasten hin modernes beseitigen hust da war mal ein komischer strommast in die luft geflogen keine ahnung warum immer diese spontane explosion ja ja ganz ganz ja wahrscheinlich war es die überspannung richtig er hat das mal behauptet trump spontan explodierende bäume ja in österreich wir fordern hier an genau das heißt ich kopiere uns einfach mal einen anforderungsbahnhof hier zack schmeißt das hier raus und wir brauchen natürlich die stahlplatten stahlplatten haben ein stack von 100 von 500 auch ne haben wir nicht 400 haben die 400 echt 400 500 bist du grad zufällig in der nähe 200 200 zweit ne jetzt was mir überkühlt die ganzen platten haben wir nur 206 ja 200 oh ok aber alle ok das heißt 120 passen ja also 120 stacks passen ja in einen zug also sind wir bei 24.000 könnt natürlich auch einfach sagen wir liefern so viel an wie in das wahrenhaus hier reinpasst dann wären wir bei 500 stacks also machen wir 500 mal 200 jetzt sind dann eine 100.000 oder? ja dann legen wir aber hier noch eine verkabelung hin mal hier hin und so kurz dann ist das so kurz hier so dann haben wir das auch mit in der berechnung drin mit deinen 500er stacks bist du glaube ich bei Pianodon das kann sein ja das kann gut sein so dann haben wir hier die gleichmäßige Entnahme wie immer haben wir da 100 rein ups 1000 kleiner größer natürlich ok passt dann wäre das soweit fertig jetzt können wir es auch kopieren äh können wir es so kopieren das wahrscheinlich nicht machen wir es einmal so und einmal so zack ok ach schön wie der Zug mal wieder was macht es ist so schön wenn der mal was macht es hat irgendwo noch stromprobleme ah hier ums eck ok dann hat er hier die gleiche probleme wend mal ah hier fehlt einer da hin ok sehr gut hier einfach 120 produktionsgebäude nicht auf wie bitte ich habe gerade 120 blauen montagemaschinen gebaut und die reichen halt nicht aus du musst sie nicht bauen ne überhaupt nicht bauen wo haben wir sie äh ich habe jetzt hier bei mir eine anlage gesetzt hast du noch blaue fließband bänder ähm gleich brauche ich oder welche kannst du mir auch in das wahrenhaus da oben rein klatschen äh falter oder da rein ja ist auch ok wenn du mit arbeit rote greifer übrig hast du nicht mehr braucht würde ich die gerne nehmen von dir das sieht sowas wie schlecht aus weil die deals hier ich hätte gern zwei leben und ein schaf wir sind hier nicht bei wir sind hier nicht bei den wiesel was auch dass ich hier den raubrittern nicht aufs feld setz oh das ist gemein wie ist das ding nochmal siedler die siedler von gratan gratan was fehlt dir denn das ist ein schönes redspiel könnte man auch mal online zocken ne braucht das was die online version weiß nicht oh als street so oder wir müssen mal gucken ob es taugt aber das wäre mal eine lustige idee einfach mal so ein siedler abend allgemein brettspiele äh könntest du sogar meine freundin mit reinziehen ja wie das auch wobei brettspiele finde ich macht halt real es wirklich auch ja gut das ist halt hier ein bisschen schwer ne ja ja schon klar ich mein nur oder oder mit dem tabletop simulator eine runde wo einmal 40k okay oh das ist so ne sache da bin ich raus da hab ich zu wenig plan von das hell ich doch sonst auch nicht ab mehr mach ich jetzt nicht in die kamera rein da was ich dann angucken den mittelfinger hm was fehlt denn dir schon wieder oh ich kann bei der anlage prinzipiell stehen bleiben und einfach kurz drei sekunden warten dann fehlt wieder irgendwas das technische wieder alles stahl stahl alles ja wird zeit ähm kein was wolltest du nach der anlage machen filter aber ich kann auch noch was anderes machen ah die filter ja so dringend ist hm ja ich glaube filter ist jetzt nicht die höchste priorität ich denke eher so die grundlagen werden halt geschickter Montagefabriken unter anderem eine fabrik für also so eine fabrik für grundsätzliche materialien die wir dauerhaft brauchen wie Montagefabriken strommästen also eine fabrikfabrik eine fabrikfabrik genau auch machen also natürlich nicht so überdimensioniert wie bei dem beton reicht es wirklich minimalistisch sag ich mal ja das ist klar also quasi viele anlagen aber kleinere bereiche und dafür viele produkte die sie anbieten also ich würde die größe schon nehmen nur pro zelle die ich habe ein anderes material ja genau zum beispiel ja richtig du brauchst es dann auch nicht ins ltn schicken weil ich glaube nicht dass wir Montagemaschinen oder sowas über übern zug irgendwo hinschicken lassen also kleiner süßer bedarfsbahnhof oder einfach mal kurz einstecken möchte sich das das und das generell ist auch ganz putzig ja ich weiß noch nicht wie im ltn wie du das dem ltn sagst dass wenn der zug kommt dass er das richtige mitnehmen weißt naja das kriege ich hin das wüsste ich jetzt nicht ob das also anliefern ja aber abholen an einem bahnhof mehrere produkte keine ahnung wie das gehen würde das krieg ich generell hin glaube ich das weil du ohne zugnummer wüsste ich es nicht und die zugnummer kannst du nicht bestimmen im ltn ja nein ich brauche ja keine zugnummer der ja aber du weißt ja nicht wenn ein zug kommt woher weißt du was der will woher woher angenommen es werden drei züge losgeschickt einmal für eine montagemaschine einmal für einen greifer und einmal für einen strommasten jetzt kommt der erste rein woher weißt du was der da will gute frage mhm geh ich schon immer hin so 120 montagemaschinen das klingt doch schon mal gut dann holen wir noch ein paar nanobots die helfen uns da gleich mal ganz massiv beim aufbau 300 ja das ist auch okay was 300 spartaner genau ja genau 300 so dann legt mal los meine jungs vielleicht noch das strom ding wo ist es das ich habe denn eine idee wie man das machen kann lauf der hat eine idee hehehe kann ich warte mal das kann ich jetzt kurz gucken weiß ich nicht kann ich den inhalt eines zuges im ltn auslesen wenn er an meiner station steht naja wenn er an deiner station steht ja das ist das ganz normale funktion von faktorio dann sollte ich da was hinkriegen na der zug muss aber leer sein der zu dir kommt ne muss er leer sein ja ltn züge sind immer leer wenn sie kommen um was abzuholen und müssen leer sein weil du weißt ja nicht wofür er im ltn losgeschickt wird eben kann ich das kann ich das ltn verarschen indem ich einen wert aufs ltn manuell gebe ja was heißt verarschen klar kannst du sagen du hast irgendwo hunderttausend greifer ja minus eingreifer zum beispiel kann ich das auch aufs ltn geben sodass quasi immer minus eingreifer auf dem ltn rumschirrt ne kreis mod ich wüsste nicht wie also ich ja gut du kannst ah wobei warte mal das will ich jetzt wissen glaub doch das geht wenn ich jetzt hier einen kombinator hinsetzt und sag hier da ist jetzt von mir raus holz minus 100k aber haben wir holz im system nö haben wir nicht ok jetzt schließe ich hier das kabel an ähm und sagt noch er bietet an warte ich sag noch er bietet an ach schade ja ich werde mal gucken wie ich das mache ist das hier überhaupt anerkannt mal gucken ist der hier hm er wird ähm zwar äh registriert wird aber nicht angezeigt weil du ja wenn du nichts anderes setzt eine Mindestanforderung was wir eingestellt haben irgendwie von 10 Millionen haben und alles was darunter liegt zeigt er ja theoretisch nicht an ja ok dann müsstest du da jetzt sagen du müsst eine Mindestanforderung von 1 haben was dann aber bedeuten würde dass er dir auch einen Zug schickt ja ich habe nicht Anforderungen gemacht ich habe Angebot gemacht ich habe jetzt ja gerade minus 100.000 Holz angeboten und als Angebot noch 100.000 angeklickt ja gut aber damit ähm gehst du halt quasi gegen die LTN Grundsätze mhm damit kann er es halt nicht verarbeiten und zeigt es nicht an ja fuck das System fuck das System fuck das System oh wir könnten auch mal hier das ist glaube ich gar nicht so verkehrt wenn wir hier mal ähm Stahl Zahn Rad und dass wir einfach ein paar Icons mal auf der Karte haben so das mache ich bei keinem auch mal bedon bedon gute bedon beton sogenannte beton genau der sogenannte B und ein Ton genau der beton ah hier gehen schon wieder die die Fließbänder aus ey wie viel Zahnräder soll ich da noch rein schmeißen brutal ha friss und sei ruhig wie kriegt log mir einen Link entgegen was ein Link willst du Zelda ja ne ein 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 Log Link ich verstehe nicht ganz von einem Spiel eine Auswertung von einem Feig ach log ach so das log von meinem ähm Rättenk jetzt ich verstehe um jetzt nach wie vor Alien Probleme da oben wie die knabbern bei dir da immer rum ah das nervt also ich die sehe ich auch ne hier gibt's sowas so ein Anti-Nerv-Fahrzeug nennt sich Panzer oder genau der steht doch dran gepanzertes Fahrzeug ach da ich hab da nicht drauf geachtet was du da gepostet hast halt mal mitbekommen dass du was gepostet hast hm noch geht schon wieder die nicht ganz dringend Strom-Masten-Produktion was fehlt noch oh Greifer schon wieder alter hat doch grad hier ich hab grad zu viel rausgenommen ey unge unge was frisst die Anlage die frisst ah 200 Greifer ja ok das erklärt warum meine Greifer ständig leer sind hm 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 fehlt hier noch was laut laut ding da unten die ltn laut drohnenetz das halten wir dann ein bisschen hier einzubetonieren erstmal eigentlich den ganzen würfel einbetonieren oder auf voll machen jetzt zu den borgs genau ja fast voll okay so hier machen wir die träge haben wir gesagt einmal einmal hier wird das mal eben das pressfließband im weg ist da irgendwo noch ein falsches oder vorne ach wir haben zu viel kopiert hoppla und da hat es doch irgendwann strommasten gesetzt habe ich gerade gesehen da auch wieso fehlen denn die hier oh schnapp sie da kommen sie da haben sie sich durchgefressen ein turm gegen die aliens wo wir sie gemütlich wie sie gemütlich dahin flanieren und jetzt werden sie aggro aber haben keine chance die schöne lücke hier gefressen schweinebande ist dann halt der gleichen meinung wie ich die mauer muss weg das werde ich ihnen noch beibringen was die mauer bei dem muss so jetzt haben wir zwar ein paar strommasten zu viel da aber macht nichts sieht wahrscheinlich jetzt hier kacke aus oh besser wie oben so ok wunderbar dann haben wir die seite fertig oh was ich gerade sehe habe ich oben auch noch vergessen dadurch dass wir die anlage einmal verschoben haben habe ich das natürlich jetzt falsch runter kopiert das kommt natürlich dahin und hier hin das müssen wir auch noch anschließen wir müssen übrigens doch runter gehen von der skalierung äh? ATN liefert mir zu viel eisenerz liefert ihr zu viel eisenerz? mhm ja dann schließt doch einfach das wahrenhaus oben an dann wird es mit berechnet und kann nicht voll laufen you know das ist das was ich meinte äh er hat halt dir noch einen zug geschickt weil das eisenerz zu langsam runter transportiert wurde nö man strommast den du mit denen schen kannst willkommen in meiner welt kein ja gut wobei das regelt sich ja eigentlich automatisch wieder runter ja das problem ist nur jetzt zum beispiel habe ich das glück dass noch genügend durchfluss ist aber jetzt kommt ja auch nicht mehr mehr theoretisch ja also jetzt kommt ja nichts mehr also es leert sich ja jetzt langsam sag ich mal von dem her ist es eigentlich nicht tragisch dann halt das mal im auge ja also es dürfte eigentlich jetzt erstmal längere zeit nichts mehr kommen weil das ja ständig nachhuscht und du hast eigentlich permanent die plus 50k da drin von dem her ja dann warten wir mal schon mal ja dass ich irgendwie da was passiert oh man ich brauche einen erstmal zu wieso ja weil ich gerade die hellgrünen hin und her switchen muss und ähm das tut ganz schön weh beim charakter wieso stellst du dich denn so dahin nee sobald ich die im inventar habe krieg ich schaden wenn du die greifer drehst nein ich muss doch das hellgrüne uran das ich in den oberen zentrifugen zu viel habe in die unteren packen damit der kreislauf anfängt zu arbeiten ach so dafür kriegt er natürlich verstrahlung wenn du in die hosentasche steckst er kommt da jetzt als nebenprodukt stein noch mit raus ja war das war das mit äh genauso kommt bei den ähm bei der ganz normalen uran äh verarbeitung äh stein und eisen raus das muss ich mal runter leiten irgendwann cool okay war das mit dir in der story und dem radioaktiven zeugs was man sich nicht in die hose stecken sollte hä in satisfactory das war so geil ähm kollege von mir und ich haben satisfactory gespielt und er sagt was ist hier los ich bin auf einmal gestorben ich hab meine sache einfach nur eingesammelt ich so was hast du denn gemacht ich bin gestorben weil ich runtergefallen bin glaubte er und dann wollte ich meine sache auf und bin wieder gestorben wie jetzt ja und immer wenn ich zu meiner tasche gehe dann schlägt da radioaktivität also ich so was hast du denn versucht ja ich wollte uran zur forschung bringen und ich so okay weiter ja und immer wenn ich jetzt meine meine tasche auch nehme sterbe ich instant dann hast du so seinen beutetag gesehen und je näher du an den beuten ran gegangen bist je schlimmer war der radioaktive ausschlag und du hast schon schaden gekriegt und er ist natürlich da immer hingeheated und hat den aufgehoben das ist natürlich besonders klug das war richtig lustig was so ne das schnapps abgewehrt schnapps ich ne da kommt was auf dich zu ja zwei derzeit werden wir stehen schon alles klar und ein geschützturm kommt mit dazu oha der ganz wilde okay ich habe noch 100 schuss rein also von daher lasse kommen lasse kommen lasse kommen ja einfach durch die mauer durchbrechen wenn sie es nicht anders wollen das ist natürlich jetzt hier nur ein vierer input theoretisch müssen wir mal gucken wenn die anlage richtig läuft was da wirklich als output rauskommt ob da überhaupt flaues fließband ausreicht weil so gesehen können wir jetzt erstmal nur mit vier raus was natürlich wieder hässlich ist wir haben ja gesagt wir gehen mit dem hier das ist ja ganz schön eng hier alles im eisen wenn wir das hier verbinden zusammen doch wir könnten halt natürlich nicht von da haben wir ja gesagt wir nehmen das hier ne wir schließen es nicht an wir fahren einfach hier gerade runter machen das so schließen das jeweilig an genau so machen und dann können wir das ganz easy hier rüber bringen obla vielleicht mal gucken wenn wir hier einen haben glaube ich einen Abstand so so und dann perfekt so können wir es hinsetzen so und nicht anders zack 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 so naja weil ok ich brauche nicht so viel von dem hellgrün für das tritium aber ein bisschen vorrat wäre schon schön gewesen Achso, hm, ja. Ja. Too late. Naja, die rattert ja jetzt. Das ist... Dead is ja immerhin eine schöne Sache. Ja, und die Zentrifugen sind ja fast alle voll. Das heißt, es wird bald Überschuss produziert. Also, das rattert ja alles. Ja, meine Highlights höre ich. Deine Highlights hörst du. Sehr schön. Glas. Müsstest du auch noch kennen, oder? Highlighting vom IRC. Äh. Wüsstest du nicht, was du genau meinst? Im IRC konntest du, wenn du ein Mirko oder so benutzt hast, ein Highlighting einstellen. Also irgendwelche Begriffe, wo die Sachen dann farbig aufgeploppt sind oder das Programm geblinkt hat, als Töne abgespielt wurden. Okay. Üblicherweise halt auf sowas wie dein Nick, etc. Mhm. Nö, nö. War eine meiner Lieblingsfunktionen. So, halt. Wir machen. Diesmal machen wir nicht den Fehler. Erstmal mal oben. Fertig. Wollen wir unten weitermachen. Einmal, zweimal, dreimal? Keinen kannst du an das Bettung-Ding da mal eine Abgreifkiste hinpacken. Brauchst du so wenig nur? Naja, zum Zentrifugen bauen brauche ich jeweils 100. Und wenn ich da reingreife, habe ich halt 12k in der Tasche. Das ist ein bisschen viel. Ein wenig. Damit kannst du aber wenigstens ein paar Zentrifugen bauen. Alles okay. Wenn du mir eine Kiste geben kannst, also mein Crafting-Gruht gerade ein bisschen. Weil sonst mache ich das gerne. Danke. Mach dir da mal so... Ja, wie viel stecken denn das? Das ist so ein Stück direkt auf 2. Ja, auf 400, ne, dann passt das, ne? Ja, genau. Das ist eine schöne Menge zum Bau. Ist fertig, ist voll. Jo. Ist fertig, ist voll. Ah je. Ja, gut, das haben wir jetzt. Boah, warum sind die Zentrum so teuer? Also ein Atomkraftwerk auch nicht ganz billig ist. Machen wir jetzt Atomstrom? Nee, wir gehen quasi demnächst eine Stufe höher. Achso. Fusion! Jetzt sag ich auch, Mod-Fürstie-Fusion auch explodieren kann, wenn das schiefläuft. Oh, das wäre eine große Explosion. Ja, wäre geil. Moment mal, Fusion dürfte eigentlich gar nicht explodieren. Das dürfte eigentlich nur zerfallen und dann ist es eigentlich stillstand. Ja, geschmolzen kriegst du alles. Ja, geschmolzen kriegst du alles, ist klar. Aber aus der Theorie dürfte Fusion nicht explodieren. Hast du das praktischste Mal zu Hause in der Küche ausprobiert? Nee, aber so funktioniert Fusion. Mit deinem Thermomix? Also Fusion. Es gibt ja schon Fusionsreaktoren auf der Welt und wenn die halt, also es ist ja das Interessante gehen zu Atomstromen, wenn die halt mal einen Fehler haben, schalten die sich ab oder es zerfällt halt im Endeffekt, weil die Fusion nicht mehr stattfinden kann einfach. Strahlt es doch trotzdem für zwölf Jahre? Nicht mal das, auch der Strahlenwert ist relativ gering. Es strahlt für zwölf Jahre. Erstmal muss es funktionieren und momentan verbraucht es mehr Strom, wie es erzeugt. Genau, das ist aber das andere Thema. Von dem her. Das ist halt so, Deuterium und Tritium fusioniert, ergibt eine Radioaktivität, die eine Alterszeit von zwölf Jahren hat. Ja gut, deswegen wollen sie ja weg vom Tritium, deswegen wollen sie ja auf Helium-3 rauf. Ja, dazu müssen sie erstmal auf den Mond. Weil auf der Erde findest du davon jährlich 8 Gramm. Oh, kommen dann doch die Weltraum-Nazis. Verdammt. Dann von der dunklen Seite vom Mond. Ja, der Film hat uns nur vorgewarnt. Ja, ja, und es gibt auch eine Zwischenerde, ne? Ja, natürlich. Wo sie auf Dinos durch die Gegend reiten. Ja, hallo, natürlich. Ich hatte das Foto doch mal in die WhatsApp-Gruppe gesendet. Und deinem Dino? Wo ich den Eingang gefunden hab. Oh. Ups, 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 halt. Nein, stopp. Äh. Oh. Wer hat's da? Tausende? Hä? Ah, ja. Mimo und mich. Da oben müssen noch Abgreifkisten ran. Die können wir hier unten aber auch gleich ran machen. Ähm. Zack, zack. Zack. Und. Zack. 80. Oh Gott. Oh mein Gott. Das will. Stunden später. Eine Ewigkeit später. Ja, eine Ewigkeit später. Und ich würde sagen, solange das noch so ein bisschen dauert, machen wir hier eine Schnibbeli-Kardi. Und sehen uns gleich wieder. Schnibbel- Schnabbeli. Schügel-... Tschügel-Gü. Ciao